Jetzt tu mal nicht so, als ob es dir nicht gefällt. Nein, mir gefällt es auch nicht. Nein. Dir gefällt das? Nein, ich mag wieder kein Feuerlöscher. Du wolltest es. Ja, ja. Du wolltest mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie einfach immer was lustiges vor die Runde. Hängen können bei dir, ne? Und da sind wir heute auch schon bei der letzten Runde. Bei der Map Mithriddle oder Mithriddle oder keine Ahnung. Habe ich ein paar Mal schon gespielt, aber mir fällt gerade nicht auf Bestellung ein, weil ich ja mit das jetzt ist. Und PbListyle ist jetzt auch hier. Hallo. Ist jetzt aber, ne? In den Chat geschrieben, äh, BumpMix ist ein YouTuber. Krass. Ja. Ich werde gewinnen. Ich werde euch alle gewinnen. Oh, nie. Es geht gleich los und da werden alle gerabt. Jetzt müssen wir wirklich mal eigentlich mal ne gute Runde bringen. Also, wo wir ein bisschen länger überleben mal. Was? Da oben sind Kisten. Wie soll man da rankommen? Oh, soll ich das versuchen? Du bist da hinten. Schau mal nach links. Ey, wir gehen in die Mitte. Danach, danach gehen wir da oben hoch. Zum Turm, ja? Zu diesem, also hinter mir. Okay, zu diesem fetten Turm da, zu diesem fette Castle da, ja? Die Treppe hoch. Soll ich nicht versuchen, da oben zu gehen? Ja, da muss ich schon mal versuchen. Ja, okay, komm, ich komm auch. Ich hab eine Holzsaxe, das ist alles, was ich hab. Ich hab auch eine Holzsaxe. Und ich hab Schuhe. Und Pfeile. Ich hab gar nichts aus der Holzsaxe. Okay, gut. Ich hab aber kein Arscher-Kit genommen. Wenn du willst, kannst du die Pfeile dann haben. Nö, 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 ich hab auch kein Arscher-Kit genommen. Nicht hoch da jetzt, nicht hoch da jetzt. Komm raus hier. Wieso? Raus, raus, raus. Nein, runter wieder, runter wieder. Nicht da hoch. Da geht's raus. Da sind geheime Thronen. Ja, aber da ist gerade eine. Ist egal. Ja, hier, guck hier. Im Spalt ist eine geheime Truhe. Da sind überall Thronen in diesen kleinen Häusern. Du tust ihm weh. Ja, ich hab noch einen Helm. Und ich hab jetzt Pfeil und Bogen. Was soll ich jetzt machen? Meister. Ja, komm zu mir, ne? Würde ich mal sagen. Ja, du bist weggerannt. Ah, da bist du. Ich seh dir. Ich bleib mal stehen. Nein, ich bleib nicht stehen. Hallo. Hallo. Kommst du zum Kibbisfeld? Ja, komm ich. Da ist nämlich eine geheime Truhe. Aber hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch einer. Und ich hab Schwerter und Bottle of Enchantment. Ich hab schon. Guck mal, ich bin bunt. Guck mal, guck mal, guck mal. Cool. Warte. Willst du einen Helm? Nee, hast du schon. Hier kannst du haben. Hier kannst du haben. Und zwei hab ich auch. Ich hab sogar Sticks. Guck mal, also ich hab... Oh. Ist jetzt verrottet das Fleisch. Das mag ich. Ich hab sogar Weizen und Buche und was weiß ich was. Oh, warte, ich muss mal mein Inventar mal gescheit machen. Er hat ja eine Truhe nicht gesehen. Gab es nicht zwei? Wie habt ihr sie gesehen? Es gab zwei hier, glaube ich. Ich geh nur langsam nach oben auf dem Baum. Kommst du mit? Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Komm mit. Ist auf dem Baum. Links auf dem Baum bin ich gewesen. Und hier ist nochmal Zeug. Und hier ist ein... Oh, geil. Was war da drin? Schuhe. Hier, kannst du haben. Ich hab sie dir gerade zugeschmissen. Oh, ich will sie haben. Oh, komm, ich bin bunt. Voll schön. Ja. Gut, dass du mich hast. Dahinten ist einer. Dahinten ist einer. Komm, hinter dir. Hinter dir. Den klatschen wir. Hä? Da, da sehe ich seinen Namen. Oh, der hat nur ein Holzpferd. Komm, den kriegen wir. Ja, dann gut. Geh mal. Ich geh von links und gehst von rechts. Dann klatschen wir. Hallo, Surprise-Bot-Sex. Oh mein Gott, der Wichser. Sauber. Okay, einer haben wir gekillt. Scheiße, du hast 8 HP. Jupp. Was musst du essen? Nur verrottetes Fleisch. Ich hab gar nichts. Ja, ess das. Ist besser als gar nichts. Ess doch das, Spiel. Gleich. Ess das doch. Du musst regenerieren. Du musst 8 Leben. Nein. Oh, ich bin so gut. Alter. Alter, jetzt ess das für ein kacktes, verrottetes Fleisch. Verrück ich doch bin ich. Nein. Sehr gut. Okay, ich glaub, ich geh nicht mehr auf den Baum hoch. Ja, das wär ganz schlau, würd ich sagen. Alter. Du verfolgst du mich nicht. Du gehst immer dahin, wo du willst. Ja, weil ich da hinten auf den... Oh, da ist das Baum. Warte, vielleicht ist jetzt oben keiner. Wenn du glaubst, du schaffst mit 5 Leben oder sowas, okay. Ja. Ne, da oben sind mit sich ja schon looted, die meisten. Ja, doch. Bohlen. Da war Dieter Bohlen anscheinend. Äh, hörst du. Ich bin hier, in der Mitte. Gut. Folgst du mir? Ja, nein, jetzt noch nicht. Warte. Warte, warte. Hey, ich bleib ja noch hier. Und das suchst du jetzt alle, Thron? Nein, manche. Ach, die sind alle schon. Boah, Fisch. Boah. Ich hab Fisch. Ja, egal. Komm, wir gehen. Ja. Gehen wir. Oh, hier ist sogar noch verrottetes Fleisch und alles. Geil. Jetzt haben die Ding gelassen. Okay. Bin hinter dir. Ich hab noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Willst du auch mal? Falls du ein bisschen mehr geben willst. Du hast es wieder eingesammelt. Nein, das habe ich. Okay, eins, zwei, drei. Jetzt hat jeder vier. Boah, das Fleisch ist so lecker. Ja, natürlich. Ich spüre noch das Zombie in mir. Und diese ganzen Gehirnzellen. Der weckt den Tiger in dir. Ne, der weckt den Zombie in dir. Und in dir den Zombie. Okay, wir überleben auf jeden Fall länger als sonst. Ja, komisch. Es gibt nur noch sechs Spiele. Was? Ähm, ja. YOLO. Sag jetzt nicht, du bist gestorben. Nein. Bist du runtergesprungen in Wasser? Ich komm dir nach. Weil da unten ist eine Kiste, deswegen. Tschüss. Und die... Hä, wieso kann man die nicht öffnen? War gelootet? Die kann man nicht öffnen. Da ist irgendwo ein Schalter. Weil wenn oben drüber was ist, dann kann man sie nicht öffnen. Mann, fuck. Ja, egal, komm. Ja, gut. Folgst du mir? Du bist ja da. Ja, gut, und jetzt? Nö, oh, Blitz-Survival beginnt jetzt gleich. Ja, was ist das? Nichts Wichtiges. Wenn jetzt hier oben eine Kiste ist, war ich... Ich weine vor Glück. War nicht nur vor Glück, oder? Da ist eine Kiste sogar. Ähm, nein, da ist ein Enchantment-Table. Ja, doch, da ist eine Kiste. Und ja! War da was drin? Ja! Was denn? Eine Hose. Aus? Äh, Eisenkette. Vier verrattetes Fleisch. Eisenkette? Das heißt einfach nur Kette. Ich nenne sie Eisenkette. Hast du, äh... Wie viel verrattetes Fleisch hast du? Noch vier. Oh, okay. Ich hab dir ja viel gegeben. Ja, ich hab... Ich hab keinen Hunger. Äh, ich hab... Also, ich hab Hunger, aber ich hab... Ich hab keinen Hunger, aber ich hab Hunger. Hä? Weiß ich? Ne, ich hab Hunger, aber kein Essen mehr. Gehen wir über die Brücke. Wieder auf die andere Seite. Was bringen wir uns das? Ich weiß nicht. Da sind wir hergekommen am Anfang. Verdammt. Wir haben einfach immer noch Holzschwerter, wie die Noobs hier. Ja, das ist doof. Ich glaub, wir werden... Oh, da hinten ist einer mit Goldrüstung. Sollen wir ihn töten? Ja. Ich verfolg' ihn grad. Oh, der ist noch... Du hast nur 15 Leben. Ess was. Ich hab... Wofür kannst du nicht regenerieren? Oh, er kämpft grad. Er kämpft. Deswegen sollten wir ihn töten. Oh nein, das ist eine schlechte Idee. Oh Gott. Oh Gott. Der ist super ausgerüstet gewesen. Oh, ich hab ihn fast getötet. Der hat ja noch zwei Leben. Ja, ich konnte ihn dreimal oder zweimal schlagen. Naja. Ja, okay, Leute. Ich würd' aber sagen, das war's dann für diese Folge Blitz Survival Games. Schaut unbedingt noch bei BB Style vorbei und lasst dann Bewertungen da. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.